Dieses Video wird präsentiert von EA Creator Network. Vielen Dank an EA, dass sie das möglich gemacht haben. Okay, Leute, sehr geil. Wir sind im Taxi, im Uber. Jetzt fahren wir ein paar Minuten. Wir sehen uns gleich wieder im Hotel. Okay, ich bin jetzt im Hotel angekommen. Ich tue jetzt hier alles runter, gehe ganz kurz aufs Klo und dann gehen wir zum Shuttle unten und fahren direkt los. So, wir sind jetzt hier im Shuttle, also beziehungsweise ich. Ich bin hier alleine im Shuttle. Der ganze Shuttle gehört mir. Ich kann auch Uber nehmen, aber ich möchte mit den anderen Creator ein bisschen fahren, falls da wer einsteigt. Und, oh, da sind ein paar Jungs. Ich glaube, es sind auch welche. Ja, es geht. Servus. Jo, wir schauen uns jetzt Match 4 an. Es geht gleich weiter. Es ist kurz Pause. Hier vorne könnt ihr sehen, da sind die Leute. It's real. Ich habe einen Burger gekauft für 8 Euro. den esse ich jetzt. Leute, wir sind da. Ist real. It's getting real. Ich bin unten. Ja, Leute, wir dürfen da hin. Wir dürfen schon so hin Fotos machen, gell? Okay. Ja, Leute, was geht? Okay, es gibt so etwas. Let's go. Okay, Leute, es ist Tag 2 auf den ALGS. Hinter mir ist es tatsächlich und zwar da hinten. Wirklich 500 Meter vor mir. Fighten sie gerade. Ich bin hier an einem Streaming Station und ich werde jetzt eine Runde live gehen auf Twitch. Als erstes müssen wir das mal alles einrichten. Ich baue jetzt alles auf und dann gehe ich live auf Twitch. Are you German? I speak German, but I'm from Jamaica. Oh, I love that. Yeah, from Jamaica. So sick. Wir sind dann noch in Salsolitos und am nächsten Tag habe ich nicht wirklich viel gefilmt. Wir wurden dann zum Essen eingeladen und wir saßen mit allen Creatoren da, hatten eine gute Zeit und haben sogar Geschenkebeutel bekommen. Wir machen jetzt gleich ein Gruppenfoto gemeinsam mit den ganzen Creatoren. Die haben gerade auf der Bühne gespielt. Ich hoffe, beim nächsten Mal bin ich auch dabei, werde ich aufgepickt und kann auch spielen. Bis dahin habe ich ja Zeit, noch besser zu werden. Und gebt euch, hier ist eine voll die geile Wand. Da könnt ihr euren Namen drauf schreiben, was für Team ihr sucht oder ob ihr Spieler sucht. Schaut mal, wir können sagen, ob ihr Pred seid, Master, Platin, Gold und Leute kommen hier hin und können euch adden. Let's go! Three, two, one, you coming! That's it? Okay, wuhu! Let's go! Let's go! Leute, das war's, das war's. Wir haben gerade ein Foto gemacht, wie ihr sehen könntet. Und jetzt gehen wir wieder rein. Keine Ahnung. Es geht jetzt gleich los, in eine halbe Stunde geht die Finale wirklich los. Ja, tatsächlich, in eine halbe Stunde. Und das werde ich mir jetzt anschauen. Falls ich noch nicht so viel gefilmt habe, ihr noch nicht so viel gesehen habt, macht euch keine Sorgen, ich genieße es hier nämlich. Und ja, beim nächsten Mal dann. An diese Stelle nochmal einen fetten Dank an EA und Respawn, dass sie das ermöglicht haben. Die Halle war voll. Es war spannend. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie erlebt. Wer gewinnt es? Jungs! 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 Ja, es war schön, dich zu treffen. Ja, wir haben uns auf Instagram. Zum Schluss habe ich mich dann verabschiedet. Es war eine tolle Zeit. Ich hoffe, ich werde nochmal zu so einem Event eingeladen. Und nochmal einen fetten Dank an EA, an Stefan, an Cedric und einfach an alle, die mitgemacht haben. Es war einfach ein sehr schönes Event. Und ich freue mich, ein Teil davon zu sein.